Es ist Anfang Februar 2021, der erste Tag, der ein bisschen nach Frühling aussieht. Blauer Himmel, Sonnenschein, Blumen. Aber es ist eine schwierige Zeit weiterhin. Mit meiner Band Havakuk habe ich seit einem Jahr kein Konzert mehr gegeben, nicht mehr proben können. Vielen Musikerinnen und Musikern geht es in gleicher Weise. Geschäfte sind geschlossen, Restaurants sind geschlossen. Wer hätte gedacht, dass Singen auf dem Balkon weiter wichtig ist. Heute, zur Ermutigung, möchte ich dir und Ihnen ein Lied von 1984 singen. Ich habe es damals unter sehr dramatischen Umständen geschrieben und werde im Begleittext davon berichten. Die Musik stammt von Winfried Heurig. Das Lied ist auch in Gesangbücher inzwischen eingewandert. Meine engen Grenzen bringe ich vor dich. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Meine ganze Unmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärmen, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Wärmen, Herr, erbarme dich. Meine tiefe Sehnsucht, nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärmen, Herr, erbarme 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 dich.